Vor- und Zunahme, so wie Stand des Vaters Walter Wiesner-Töpfer, vor- und Geburtsname der Mutter Grete Schuber. Habe ich's richtig gemacht? Großartig. Sie werden viel Erfolg haben bei uns. Wie meinen Sie das? Die Mädels werden neidisch auf Sie sein. Auf mich? Warum denn? Weil Sie hübscher sind. Nun sagen Sie schon, was Sie von mir wollen. Helfen will ich Ihnen. Sie brauchen doch sicher einen. Aber natürlich, sogar ganz dringend. Nämlich Wäsche für das Baby. Dann gehen Sie doch zu meiner Mutter. Breiter Weg, das große gelbe Haus. Aber bitte kommen Sie von 9 Uhr morgen. Wegen einer Beihilfe für die Mutter des Kindes, wenden Sie sich in das Zimmer nebenan. Wo steckt denn der Vater? Im Krankenhaus. Er ist lungenkrank. Lungenkrank. Und dann auch Kinder der Welt setzen. Alle Männer sind eben nicht so gesund und dick und rausgefuttert wie Sie. So deutlich hat man es aber lange niemand gegeben. Na, und Radieschen? Radieschen wären gut. Was ist das eine? Vielen Dank.